Willkommen heute zur zweiten Folge von angeschaut und ausprobiert. Inzwischen habe ich mir ein kleines Tool geschrieben, mit dem ich dann die Zufallsauswahl machen werde, so dass ich selber zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt noch nicht weiß, was ich jetzt tatsächlich spielen werde. Ganz im Gegensatz zu euch, weil wenn ihr das Video anschaut, habe ich natürlich im Titel schon ergänzt, was heute ausgewählt wurde und starte ich gleich erstmal mit der Auswahl. So wie ihr seht, habe ich hier so ein kleines Tool geschrieben, in dem ich letztlich über 100 Spiele aus meiner Wunschliste drin habe, die vor allen Dingen Free-to-Play sind und die ich mir halt einfach mal anschauen möchte. Und jetzt werde ich hier einfach mal die Game-Auswahl starten, dann wird so ein kleiner Countdown das runterzählen und ihr seht, welche neuen Spiele heute auf jeden Fall nicht drankommen, aber dafür dann das letzte Spiel, was angezeigt wird, das werde ich dann gleich runterladen, installieren und für euch wird es nicht so lange dauern, wie für mich, weil ich werde euch die Wartezeit rausschneiden, aber jetzt bin ich mal gespannt, was ich heute spielen werde. Mission Translation, nein Missing Translation, okay. Na ja, dann werde ich mich gleich mal aufmachen, das Spiel zu installieren und wir sehen uns gleich zum Spielen. Okay, das Spiel sagt mir, dass es nur 79 MB runterladen muss bzw. 79 MB installiert. Es lädt sogar nur 42 MB runter. Das heißt, es sollte gleich möglich sein, dort zu starten. Ja, die Installation ist bereits abgeschlossen und gleich erstmal zum Spiel wechseln. So, das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt hier sehe. Ich werde das Ganze mal ein bisschen hochziehen und okay. Okay, das ist das Made By. Kann ich es mir auch in Vollbild irgendwie anzeigen lassen, zumindest kann ich es größer ziehen. Ach ja, und genau, ich werde mir jetzt gleich mal noch den Countdown starten, dass ich also maximal eine Stunde in dem Spiel bleibe, damit das Video insgesamt auch nicht zu lang wird. So, jetzt habe ich es etwa in der gleichen Größe, wie ihr es seht. Okay, das war jetzt wahrscheinlich die Geschlechterauswahl mit weiblich. Eine Uhr. Also, damit komme ich wieder raus. Damit spüre ich vor. Was passiert hier? Vielleicht noch keine Ahnung, ob ich tatsächlich irgendwas auslöse. Okay, ich muss jetzt die Teile wieder finden. Okay, ein kleines Rätsel-Mini-Spiel. Ich werde hier alle waagerecht verbinden. Okay, ein kleines Rätsel-Mini-Spiel. Hey, he can talk, he can talk. Also, ich habe meine erste Errungenschaft freigeschaltet. Aber ich habe jetzt trotzdem noch nicht, was ich eigentlich machen soll. Ach, das erscheint dann da unten. Okay. Ah, aha. Okay, das heißt, ich kann da mit einzelnen Buchstaben sprechen. Okay, also mit den Pfeiltasten kann ich lenken und mit E kann ich mit irgendwas interagieren. Okay, dann gehe ich hier. Ja, jetzt möchte ich hier einfach mal eine Lampe. Okay, meine Lampe. Okay, mit E kann ich da irgendwas interagieren. Also E ist das gleiche, wie wenn ich auf die Lampe klicke. Das Missing Translation spielt es jetzt darauf an, dass hier die Übersetzung vom Spiel fehlt und man überhaupt nicht weiß, was er hier eigentlich machen soll. Die Leitungen werden auch mit E benutzt. Eine Mietkatze. Eine Mietkatze. Hey, da ist das erste Symbol, was da vorhin verloren gegangen ist. Okay, das heißt, hier soll ich jetzt das auch machen. Eins von 25. Ach ja, 25 solche Rätsel. Und ich muss jedes Mal irgendwie das ganze Feld so abräumen, dass alles irgendwie den gleichen Klimmskrams aussieht. Ja gut, das ist heute relativ. Also zumindest noch ist es ziemlich leicht. Mal gucken, wie kompliziert die Rätsel werden. Okay, das heißt, 25 Räume irgendwie ab Waldorf. Äh, okay, geht noch auf. Gut. Weil es ja wahrscheinlich jederzeit zurücksetzen kann. Okay, unten. Wobei. Links, links, unten. Und jetzt kurz irgendwo noch ein bisschen den Sound rausschalten könnte. Okay, also mit Escape fliege ich gleich ganz raus. Und noch ein Escape und das Spiel wird beendet. Hm, so hatte ich das jetzt nicht vor. Also gleich wieder rein ins Spiel. Seht ihr gleich noch ein bisschen mehr von den Machern. Und es ist jetzt abgespeichert? Ja, es ist abgespeichert. Gut. Na schön. Müsst ihr erst dann mit dem Geklingel zurechtkommen. So. Alles recht einfach. Und dann bekomme ich hoffentlich das erste, den ersten verlorenen Buchstaben zurück. Okay, gehe ich jetzt nach links oder erstmal nach rechts. Also. Okay. So. Ich kann doch immer noch mal einen Moment überlegen, damit ich noch wirklich alle erreiche. Aber irgendwie bin ich mir solche Spiele schon ganz gut vertraut. Also. Okay. Wenn ich hier lang gehe. Ja. Ja, passt. Meine Geräusche sind mindestens genauso unterhaltsam wie die Hintergrundguglei. Okay. Da, 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 da. Also. Okay. Wenn ich jetzt hier außenrum mache, wird es wahrscheinlich nicht aufgehen, deswegen hier überall die Ränder mit ausfüllen. Das heißt, hier kann ich dann einmal so machen, so, hier die Aussparung folgen und dann einmal hier das Ganze. So, noch 15 weitere. Okay. So, wenn ich von oben anfange, da, 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 da. Da, 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 da. Okay, kein Problem. Easy. Dann will ich vergessen, wie ich mir gerade überlegt habe, wie es aufgeht. Einmal nach unten. Hier sind so ein paar Stellen, wo ich mir überlegen kann, wie kann ich da durch? Dann, da, 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 da. Also nochmal, ich kann hier oben angefangen, hier rüber, dann da einmal drum rum. Und dann hier oben, dort drum rum. Dann dann da noch. Hier rum, da. Okay. Das sollte funktionieren. Also, einmal an links. Dann da rum. Hier nach oben rum. Ähm, ja. Hier wieder zurück. Und dann einmal hier von oben und nach rechts. So. Okay. Nach oben, links, rechts, unten und dann hier anruhen. Das sieht gut aus. Okay. So. Also, nach oben. Einmal hier gepackt laufen. Dann hier oben, unten links. Hier rum, da rum. Wenn ich den gleich komplett mitnehme, kann ich das auch machen. Dann kann ich hier das ausfüllen, hier unten rum und dann hier wieder nach oben, ja. So, da-da-dam, unten, oben, unten, lang, einmal drumherum und fertig. So, einmal nach oben, drumherum, einmal nach oben, drumherum, da rum, hier rum, da rum. Äh, nee, das geht nicht ganz auf. Dann mal probieren. Also, wenn ich jetzt hier runter gehen würde, dann komme ich da nicht wieder hoch. Da, da-da-da-da-da-da. Da, dann noch an, darum fehlt mir der da. Das heißt, ich könnte hier anfangen. Dann so. Seht ihr die Maus überhaupt? Oh, ihr seht die Maus gar nicht. Die ist nicht an der richtigen Stelle. Hm. Wieso ist mir das jetzt eigentlich Vollbild? Irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen, wann sich das Ding in Vollbild geändert hat. So, jetzt seht ihr den Maus da gar an der richtigen Stelle. Ja, damit ihr sehen könnt, wenn ich hier die Dinger abfahre und eigentlich die ganze Zeit erzähle, dass ich so lang gehe, dann seht ihr ja gar nicht, was ich mir sonst gerade ausdenke. Also. Interessant. Also, ich habe echt nicht mitbekommen, wann es in Vollbild gegangen ist. Also, gut. Also, hier nach oben rum, dann hier den Boden so rum. Und dann könnte ich... Nee. Also, wenn ich jetzt hier angekommen bin, könnte ich da langfahren können. Nee, also irgendwie geht das so noch nicht auf. Also, wenn ich hier einfach rum rum langfahre und hier den Bogen fahre, dann habe ich da noch den und die Sackgasse irgendwie. Ich könnte dann da außen nochmal rum fahren. Ja, ich glaube, das funktioniert. So. Also, hier erstmal den ganzen inneren Bereich irgendwie wegmachen und dann einmal außen rum. Ja. Passt. Naja, es wird schon etwas knitziger. Und... Mal schauen, weil hier habe ich jetzt... Oh, da muss ich als letztes rein. Das heißt, ich kann sozusagen von hier rückwärts anfangen, um zu gucken, wie kann ich das alles abräumen. Und damit ich hier auf mögliche Wall rumkomme. Am einfachsten halt ist es natürlich erstmal hier rum zu fahren, dann hier und da außen rum und da 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 und so. Und dann hier und dann nach unten. Ja, bis heute noch. Ach ja, kommen wir hier schon dran. Und dann mal da da da. So. Und jetzt hier alles schon mitnehmen. Dann kann ich immer langfahren und dann nach unten und passt. So, Schwierigkeit, zumindest muss ich den mit dem Rahmen hier ausfüllen, bevor ich dann nach unten gehe und dann hier einmal den unten Ja, sieht gut aus. Geschafft. Nur noch 8 Rätseln und dann mal gucken, was Neues passiert. Das sieht fast aus wie eine 41 oder sowas. So, wenn ich den hier jetzt außen langfahre, dann kann ich... Ja, dann geht es irgendwie nicht ganz auf. Wenn ich den an der Stelle langfahre, nach unten, nach oben, dann komme ich da nicht zurück. Weil hier ist wieder sozusagen irgendwie die Stelle, wo ich als letztes hin muss. Das heißt, wenn ich von hier aus rückwärts fahre, dann kann ich sagen, okay, ich muss hier rumlaufen. Alles klar. Also, rückwärts lassen sich die Dinge hier mal am leichtesten lösen. Vor allem, wenn dir sowieso klar ist, wo die letzte Stelle ist, an der ich landen muss. Das macht die Rätsel fast zu einfach. So, du bist hier auch wieder in der Position, wo ich zuletzt landen würde. Eigentlich nicht. Aber ich kann entweder nur nach rechts starten. Oh, ist ja blöd. Sieht ganz so aus, als müsste ich hier drüben zuletzt starten. Weil egal wie ich es mache, würde ich sonst nicht mehr rauskommen. Das heißt, die Reise beginnt nach unten. So, da, da, da. So, jetzt alles passt. Jawoll. Ja. Und du bist wieder noch nicht in Position. Los, hin mit dir. Eigentlich kann ich auf die Maussteuer fast komplett verzichten. Aber dann könnt ich euch ja nicht mit den Maussteuer anzeigen, wo ich plane, langzulaufen. Ich möchte gerne die Musik ausschalten. Hm. Na schön. Kann ich eigentlich noch irgendwas anderes machen? Na, jetzt kommt die andere Musik wieder. Ja. Na dann. Also. Okay, hier ende ich wieder unten. Das heißt, ich kann wieder rückwärts loslaufen. So. Und den Bogen abfahren. Da, 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 damm. Und am besten, ja. Also. Die Schleife. Einmal zum Kringel fahren. Dann hier alles mitnehmen. Und dann eigentlich nur noch den Bogen. Zu Ende laufen. Zack. So. So. Ein bisschen Intimation. So. Hier könnte ich so umfahren. So umfahren. So umfahren. Das dann. Passt. Äh. Und das passt auch. Ja. Kann ich einfach nach oben anfangen. So. So. Noch vier Level dann. Oder vier Rätsel. Ui. Wie. Es wird zwar voll. Aber es sieht nicht aus, als würde es komplizierter werden. Muss nur darauf achten, wie ich hier letztlich einmal um die Sachen drücken rumlaufe. Und dann würde ich den jetzt einfach hier anfangen abzulaufen. Und dann würde ich den jetzt einfach hier anfangen abzulaufen. Und was passiert eigentlich, wenn ich hier langlaufe? Okay. Vielleicht ist es doch schwieriger als es aussieht. So. Ich mache erstmal den Kreis hier unten. Ups. Okay. So. Den Kreis hier unten zu. Und dann mache ich den da an. Und dann könnte ich mir einfach hier sozusagen die letzte Tour offen lassen. Und dann ist es doch alles so kompliziert gewesen. So. Hier gilt es jetzt wieder, dass ich letztlich hier unten als letztes lande. Weil hier komme ich ja nicht wieder zurück. Das heißt, hier kann ich wieder rückwärts laufen. Kann dann den Kringel mitnehmen. Den Kringel mitnehmen. Die Kringel mitnehmen. Und ich fange nach links an. So. 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 Hier nach rechts bringt es also nichts. Das heißt, hier ist wieder das Ende. Von da aus losgelegt. Einmal hier oben abgeklappert. Dann hier. Hier auch nach oben abgeklappert. Und nach unten. Also nach links anfangen. Die Teile abklappern. So. 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 hier. So. So. nach oben an und laufe hier einfach dann die Liege ab, würde ich da rausgegeben. Ah, Fehler. Also nochmal mehr Konzentration, nicht zu hektisch, aber auch nicht zu langsam. So, also jetzt links, oben, unten und dann war's das. So, jetzt bekomme ich wieder das erste verschwundene Teil zurück. ZPVBFSUIFWIMTI. Also ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Ah ja, okay, also das ist jetzt das erste Teil, was wieder zurückgekommen ist. Gut, das heißt, ich muss jetzt einfach noch die anderen beiden Teile suchen, wenn ich mir bloß gemerkt hätte, wo die hingekommen sind. Wer bist du denn? Ah, Moment mal. Das sollte sich doch mit ihm reden lassen. Komm, lass uns sprechen. Also, ne, was hat er jetzt für ein Symbol gehabt? So ein bliegendes E mit einem langen... Und was? Okay, er sagt uns. Na schön. Also, ein Strich bis zu einem Stuhl. Das heißt, ich geh jetzt hier rein. Ich muss gar nichts sagen. Ach je. Also, das mal das ergibt das. Das mit dem ergibt das. Wieso auch immer. Okay, das ist sozusagen die Vorbereitung. Also, das minus das da ergibt einen senkrechten Strich, aber zumindest bleibt ein Strich über. Moment mal. Das ist 1 plus 2. Also, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, also das ist die 9 und das ist jetzt 1, 2. Also, 2 plus 2 ist 4. Aha. Okay. So, 1, 2, das ist irgendwie logisch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, außer dass es eigentlich nur die Anzahl der Striche sind. 6 Striche, 7 Striche, 8 Striche und 9 Striche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, 1, 2 plus 1, 2, 3 sind also 3, 4, 5. Jetzt müssen wir natürlich nur nachher merken, wie das Ganze dann ausgeht. Naja, mal gucken, ob ich jetzt wirklich einen Zettel brauche oder ob ich mir das so irgendwie merken kann. So, das war das erste. 1. Okay, aber da kann ich nichts machen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 4, 7, 11. Okay, die sind jetzt verschlossen. Vielleicht müssen sie ihm ja doch irgendwas sagen. Das heißt, ich sage ihm jetzt. 1, 4, 5, 5. Und das kommt für E, damit er mich irgendwo reinlässt. Okay, ich soll mich hinsetzen. Schwerlich. Ich kann doch damit gar nicht interagieren. Also nochmal. Ja. Kann ich hier aber nichts machen. Wo soll ich mich denn hinsetzen? Also, alle lernen Mathematik. Aber vielleicht müssen sie mich ja hier irgendwo hinsetzen. Ne, da kann ich mich nicht hinsetzen. Und dann geht sie gleich wieder raus. Also, wenn ich jetzt hier dieses... Ja. Ich sehe nichts. Ich will dem da irgendwie interagieren. Und das kann doch nicht so kompliziert sein. Also, es geht keine Lampe auf. Es geht keine Bewegung hin. Jetzt soll ich dir sagen, dass ich hinsetzen sonst. Und wo ist es der Lärmbaum? So, und das ist eigentlich der Raum hier im Grunde. Und etwas anfangen. So, und das ist eigentlich der Raum hier im Grunde. Etwas anfangen. Falsch. Ähm. Näm. Ok. Daseals du willst tatsächlich dass da... Entschen? Wollt ihr jetzt eine 3 aufmalen oder was? 1, 2, 3. Ok, aber ich war jetzt schon im Klassenraum und du sagst mir, ich soll dort lernen. Aber wofür? Ah, Moment, soll ich dir... Also ich möchte gerne, dass du mir die Tür mit der 3 öffnest. Aber die habe ich ja schon gesagt. Also das ist eine ganz normale Tafel, da gibt es hier auch einen Unrechenfehler. Also 2 und 2 sind 4, 2 und 3 sind 5, 6 minus 6 ist 0, 8 minus 7 ist 1. Die 1 ist übrigens in der Mitte. 1 plus 6, ne plus 5, 6. Und 4 plus 5 ist 9. Und dann kann ich ja nicht in den Park hier. Da oben klettern kann ich auch nicht. Achso, soll ich hier stehen? Und... Ok, das ist ein komischer Dings-Zurufel. Das macht ja auch keine Sinn, irgendwie die ganzen Buchstaben oder Zahlen einmal durchziehen. Das ist ein komischer Dings-Zurufel. Ah, mit F kann ich das Großbild umschalten. Gut. Vielleicht gibt es ja dann doch noch etwas, womit ich die... Ok, ich habe es gefunden, wie ich die Musik ausschalten kann. Schon deutlich besser. So, nur das Ding da oben lässt sich nur mit Maus anklicken. Also, 1. Gefällt ihm nicht. 2. Gefällt ihm auch nicht. 3. Gefällt ihm auch nicht. 4. Hm. 5. 5. 6. Mal gucken, wann das 5 war. War das 6? Oder war er das 6? Hm. Ich weiß auch nicht. Ok, ich will jetzt hier nicht weiter rumraten. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Und schaue mal, ob ich irgendwo anders ein... 5. Info finde. Wie ich jetzt hier genau weitermachen kann. Vielleicht gibt es ja doch aufeinander aufbauende Rätsel. Wer bist du denn? Schade, es lässt sich nur beides zusammen ausschalten. Ok, und was hat sie jetzt gesagt? Fragezeichen. Ist dir etwa unklar, was ich gesagt habe? Ja. Ja. Auch gut. Mietekatze. So, mal gucken, was hier drin ist. Ok, da soll ich irgendwas verschieben. Ok, das ist auch wieder so ein Kombo-Rätsel. Wo ich alle Felder durchlaufen muss. Tam, 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 tam. Ok, hier wahrscheinlich beides gleichzeitig. Ja. So. Ah, ja. Also erstmal den nach unten bringen und dann wieder nach oben, damit der andere blockiert ist, während ich den anderen zur Seite bringe. Das ist ja interessant. So. Ja, den bringe ich jetzt hier nach unten und den dann nach dort, damit dann letztlich beide gleichzeitig an die Position gebracht werden können. So. Hier kann ich jetzt wieder dafür sorgen, dass der dann nach oben kommt. Das heißt erstmal nach hinten und jetzt eins nach oben und dann kann ich ihn wieder rüber nehmen. Ja, ist schon ein bisschen knittlich. Man muss irgendwie zweimal denken, dass man den einen erst irgendwo in eine bestimmte Position bringt, bevor dann der andere in der Lage ist, dort rüber zu kommen. So. Dann kommt der nämlich beides gleichzeitig zum Ende. Aber es ist ein bisschen einfacher als das andere, weil ich hier sozusagen nicht in wirkliche Sackgassen unbedingt geraten kann, weil ich kann die ja jederzeit wieder ausgleichen. weil wenn der eine so in so einem Feld feststeckt und ich nur noch Bewegungen übrig habe, um den anderen zu produzieren, ist es ja nicht so schwer. Ja, von wegen nicht so schwer. Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen überlegen. Also. Dich bräuchte ich ja jetzt eigentlich an einer Position, genau, wo ich dich jetzt rüber nehmen kann. Ja. Aber so ein bisschen ist es einfacher hier mit 3 in Error vorzufahren, als einfach am Anfang zu überlegen. So. Okay. Warum ist das jetzt ein Problem? Weil ich dich dann nicht hin und her bekomme. Tamtam. Tamtam. Nee. Also. Wie kriege ich dich jetzt dazu, nicht im Wechsel stattzufinden? Hm. Ist ja lustig. Wenn ich den einen in der Position habe. Aber ich brauche den ja nach oben. Hm. Okay. Also wenn du unten bist, dann nützt es mir nichts, wenn du oben bist. Weil jedes Mal, wenn ich den nach oben bringe und der da drauf auf dem Feld wäre. Das heißt, wie mache ich es, dass der auf das Feld kommt, während der andere noch nach unten muss? Okay. Jetzt habe ich selber nicht wirklich aufgepasst, aber es hat geklappt. Naja. Wie gesagt. Ein bisschen 3 in Error funktioniert an der Stelle dann doch irgendwo. So. Ja. Und das war jetzt wieder relativ leicht, den einfach da stehen zu lassen. So. Ja. Okay. Die waren wieder einfach. Okay. Hier bringe ich dich einfach eins weiter nach unten. Hätte ich gar nicht so viel Aufwand machen müssen. Hätte ich ihn gleich drüben in die Ecke stellen können. So. Mhm. Kein Problem. Kann euch ja beide in die Ecke stellen und dann mit einem Rutsch zur Seite nehmen. So. Ja. Das war auch nicht so kompliziert. Einmal nach oben und einmal nach unten. Okay. Einen nach rechts, einen nach links. Mal schauen. Ah ja. So. Kann ich beide in die gleiche Position bringen. Oh. Jetzt haben wir schon drei. So. Einen nach rechts, einen nach links. So. Passt. Jui. Mal gucken, ob es dann noch mehr werden. Also einer muss nach rechts, einer muss nach links. Und einer muss nach unten. So. Die beiden rechts, links einfach nach oben bringen. Ja. Beide nach oben bringen und dann alle nach unten bringen. So. Einer muss nach rechts, einer muss da unten hin und einer muss da hin. Na ja. Schauen wir mal. Einfach die nach und nach zu platzieren. So. So. Der muss jetzt nach oben. Und jetzt kann ich einfach mit oben und unten die beiden noch platzieren. Ja. Das war nicht so kompliziert. So. Der muss nach oben, der muss nach rechts und der muss ganz wo anders hin. So. Also erstmal den auf die richtige Reihe bringen. Und dann den jetzt nach links. So. Jetzt zeige ich noch den Punkt. Okay. Das heißt, ihr beide müsst nach oben. Und dann kann ich euch beide wieder runter nehmen. Sobald der andere richtig positioniert ist. So. Der geht nach rechts. Der muss auch einmal nur nach rechts. Und der muss auch bloß rechts und nach unten. So. Das heißt, die beiden... Ja. Der darf jetzt natürlich dann noch nicht nach unten. So. Das heißt, du musst eins mehr nach unten als die anderen beiden. Das war jetzt eins... Ah. Ja. Genau. Passt. So. Nach oben, nach unten und nach rechts. So. Nach links macht es dann eh keinen Unterschied mehr. Und deswegen ist das dann da, wo der eine blockiert ist und die anderen beiden dann hin bewegt werden können. So. So. Du musst ganz nach links. Du musst nach unten. So. Dann erstmal den rüber. Ne. Ne. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ne. 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 nach unten. Ja, was auch immer. Also, der nächste Block ist zurückgeholt und jetzt fehlt nur noch einer. Es ist natürlich die Frage, ob ich den letzten Block hier finde oder ob ich dafür in diesen Schulunterricht muss. Okay, die Katzen haben bisher keine Bedeutung. Halt, stehen geblieben. Fragezeichen. Wer bist du? Nee, wie war das Fragezeichen? Ach, ich weiß auch nicht. Okay, Fragezeichen. Okay, hier ist das nächste Symbol drüber. Aber dann schaue ich mal erst vorher hier noch rein, was hier noch so anzusehen ist. Eine Barkneite. Okay, kannst du mir irgendetwas sagen? Okay, ich habe schon wieder vergessen, wie das Fragezeichen aussah. Aber du sagst es mir ja gleich. Ah ja, okay, wie die angefangenen zwei. Also, das hat irgendwas mit den Propellern hier zu tun. Vielleicht kann ich ja in den Propellern irgendwas einstellen. Gibt es da oben irgendwas? Da gibt es auf jeden Fall was. Aha, Mr. Mathematik. Eins, eins. Ergibt zwei. Zwei, eins und zwei ergibt drei. Drei und zwei ergibt fünf. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die richtige fünf erwische. Eins, zwei, drei, vier, fünf. War das die fünf? Ja, okay. Fünf, sechs, sieben, acht. Ach, ach je. War die acht jetzt mit dem Strich vorne oder mit dem Strich hinten? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, ich glaube nicht. So sah die acht nicht aus. Oh Mann. Idiot. Okay, also wie sah die acht aus? Komm. Jetzt muss ich mir nochmal gucken, wie die acht aussah. Ich glaube, das Ding heißt Fibonacci-Folge. Wo war denn das? War das hier drin? Ja. Und das war der Mathematik-Dingsbums. Also. Also die fünf, sechs. Okay, die sieben geht nach vorne. Die acht geht wieder nach unten. Ne, Quatsch. Das war die vier, die fünf. Die sechs geht nach vorne. Die sieben geht nach unten. Die acht ist hier unten der Strich. Und die neun ist der zweite untere Strich. Okay. Hoffen wir mal, dass ich es mir merken kann. Ach nee, falsche Tür. Naja, schon gut. Irgendwas kann ich hier mit den Propellern anstellen. Vielleicht kann ich ja die Katzen dann wegpusten. So, also da oben war jetzt der komische Typ, der die Fibonacci-Folge wissen wollte. Ja, eins, zwei, also eins, eins ergibt zwei. Zwei, drei ergibt. Zwei, eins ergibt drei. So, du willst jetzt die fünf von mir hören. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, du willst jetzt die acht von mir hören. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, bin ich gut, oder was? Ja, ich bin ein Bücherwurm. Juhu. Das war's. Okay. So, das heißt, es waren jetzt vier von sechs Errungenschaften. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach. So, außer dass da irgendwas draufsteht. Und eine versteckte Errungenschaft. Naja, gucken wir einfach mal die globale Errungenschaftsstatistik an. Okay, Bücherwurm habe ich jetzt gefunden. Der End fehlt mir noch. Also, das Ende fehlt mir noch. Und irgendwas mit irgendeinem komischen Symbol. Na gut. Gut, dann gehen wir jetzt noch auf die Jagd nach dem letzten. Wahrscheinlich dem da. Das Missing in Translation. Letzter Teil. Okay. Also, irgendwie müssen die so kombiniert werden, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Nee, irgendwie auch nicht. Okay, also ich habe noch nicht ganz verstanden, was das Spielprinzip ist. Aber irgendwie müssen die schwarzen Teile so kombiniert werden, dass sie irgendwie zusammenhängen. Okay. Also irgendwie ist der Fokus auf den schwarzen Elementen. Und die anderen Teile sollen auch irgendwie in Verbindung stehen. Also irgendwie ist es eine Mischung aus Symmetrien, Verbindungen. Also ich habe immer noch nicht verstanden, was sozusagen tatsächlich das Ergebnis sein soll. Aber zumindest funktioniert es ganz gut. So, mal gucken. Wenn ich jetzt hier auch wieder alle schwarzen Elemente irgendwie so zusammenbringe, dass möglichst wenig Unterschiede entstehen. Ja, jetzt wäre es halt wichtig zu wissen, was eigentlich das Ziel ist. Weil es ist jetzt die Aufgabe, möglichst alle Hellen zusammenzubekommen. Also durch draufklicken kann ich das. Und durch das Q kann ich das machen. Aber was jetzt hier das Ziel ist, irgendwie ist es schwer zu sagen. Weil ich sehe nicht wirklich die Systematik, wohin sich das Ganze dann bewegen soll. Ah, vielleicht geht es bloß darum, dass nirgendwo sozusagen unterschiedliche aneinander liegen. Das heißt, es würde immer darum gehen. Ja genau, das ist keine falschen Farben. Ah, okay. Das heißt, es müssen immer die Hellen und die Dunklen zueinander liegen. Und sie dürfen sich sozusagen nie unterschiedlich treffen. So wie hier zum Beispiel. Und hier. Okay, das heißt, es ist eher so minimalistisch zu gucken, wo sind sozusagen die falschen Elemente aufeinander. Damit es sozusagen keinen Kurzschluss gibt. So, dann machen wir den nach oben. Und den an die Seite. Ja. Alles klar, wenn man erstmal weiß, was man zu tun hat, dann ist es auch viel, viel einfacher, es zu erreichen. So, hier sind jetzt keine falschen Unterbrechungen mehr. Hier schon. Und dort noch. Cool. 10 von 25. Naja, es sind jetzt noch 5 Minuten auf meinem Countdown. Mal gucken, ob ich mich wirklich dran halte oder ob ich das Spiel lieber noch zu Ende spielen will. Also, falls es dann tatsächlich zu Ende sein sollte. Das weiß ich ja noch gar nicht. Langsam werden die Muster systematischer. Nicht mehr so chaotisch irgendwie. Also, sie bekommen irgendwie eine Spiegelebene oder Symmetrieebene vielmehr. Zumindest so fast. Jetzt fehlt bloß noch dir ein passendes. Ja. Okay, hier ist ziemlich viel dunkel. So. Und fertig. Und fertig. Okay, du hast dunkel, dunkel, dunkel. Du hast aber viel dunkel an der Stelle. Okay, nehme ich da mal das Dunkel nach oben. Und dann bleibt da die Verbindung mit dem Hellen. Musst du da das Dunkel hin? Du musst da auch Dunkels hin. Okay, dann hast du aber zu viel. Okay, das... Nee, noch nicht ganz. Der da muss nochmal gedreht werden. Und dann passt es. Okay. So, hier ist jetzt noch eine Trennung. Okay, der müsste hell bleiben. So, dann kann ich den hier mit Hell verbinden. Das passt. Das passt. Das passt noch nicht. Ja, man kann symmetrisch oder asymmetrisch lösen. So, hier ist kein Fehler. Da ist einer. So, da habe ich jetzt nur einen einzigen Kontakt möglich. Okay, hier sind von drei Seiten dunkel. Okay, aber eine Seite muss ich da auf jeden Fall runternehmen. Und schon erledigt. Ja, muss man gar nicht das ganze Spielfeld im Blick behalten, sondern einfach nur von Punkt zu Punkt springen. So, hier habe ich jetzt eh nur eine Möglichkeit, das Ganze grau zu machen. Ja, dann müsste ich den aber oben lassen. Und dann musst du auch grau werden. So funktioniert es an der Stelle aber nicht. Okay, dann musst du aber was anderes nehmen. Und dann müsstest du zumindest hier wieder den schwarzen aufnehmen. Das funktioniert so dann wieder nicht so richtig. Auf jeden Fall spannend, weil es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten jeweils. Und da ist jetzt noch eine Blockade. So, dann euch beide. Und den nach oben. So, jetzt ist die Zeit gleich um. Zumindest die ich mir erstmal gesetzt habe. Was mich aber definitiv nicht davon abhalten wird, noch das Rätsel hier mit euch. Genau, ihr habt es gerade gehört. Auf jeden Fall trotzdem noch das Rätsel mit euch hier zu Ende zu machen. So, das hier passt jetzt soweit. Dann würde ich mal sagen, dass das hier ähnlich aufgebaut ist. So, naja, der muss nach oben. Oh. Dann kannst du nicht nach oben. Da musst du so rum. Okay, also noch sieben Rätsel. Die werde ich auf jeden Fall mit euch durchgehen, um zu gucken, inwieweit das dann, ja, wahrscheinlich noch das nächste Achievement ausgelöst wird. Von wegen Pseudo-Ende oder so. Aber es wird dann bestimmt noch irgendwas anderes geben. Hm, das ist ja mal wieder nett hier. So. Keine Störung. Und jetzt mal gucken, wie wir den hier unten zusammenbekommen. So, hier ist jetzt noch eine, okay, du brauchst auf jeden Fall eine Verbindung. Dann würde das aber so nicht passen. Okay, also ein von beiden musst du auf jeden Fall noch die den Kontakt bekommen. Du gehst dann lieber nach unten. Der mit dem verbunden. Ne, das funktioniert auch nicht. Der muss dann da drüben so eine Verbindung haben. Und das geht dann auch wieder nicht, weil der hat ja nur eine Verbindung. So, dann musst du da oben eine andere Verbindung schaffen. Was jetzt auch kein Problem ist, weil den kann ich ja nach außen drehen. So, noch 20. So, beziehungsweise noch 5. So, hier ist keine Störung mehr. Da oben ist noch eine. So, das passt, das passt nicht. Das wird ziemlich schwierig werden, das passend zu bekommen, weil ich hier mindestens 3 Stellen haben muss, die auf andere Sachen verweisen. So, den kann ich nach unten, wobei das nützt mir ja gar nichts. So, dich kann ich nach unten drehen. So, jetzt bist du da natürlich noch eine Störung. Und dann kann ich den abdrehen. Dann muss ich den allerdings auch umändern. Und hier die 2er reinbringen. Ah, okay. Das geht dann auch wieder nicht. Dann muss das noch eins weiter. So, okay, jetzt ist es hier wieder störungsfrei. Hier passen die Übergänge. So, hier unten passt noch ein Übergang nicht. Ah ja, das war der letzte Übergang, der nicht in Ordnung war. So, dann fangen wir wieder mit den 3ern an. So. Okay, der hier hat jetzt wieder ziemlich viele Dunkelelemente drin. kann aber letztlich nur bei einem wirklich eingeschaltet werden. So, wenn ich den jetzt so stelle, dann müsste der nach oben. Okay, das geht auf jeden Fall nicht auf. Dann probieren wir es mal so. So, du könntest nach oben und zur Seite. So, dann gibt es hier noch einen falschen Übergang. Der lässt sich allerdings lösen. Okay, da lässt sich der aber nicht lösen. Okay, also, wenn der den Kontakt hat, dann darfst du nicht den Kontakt haben. Und dann geht der hier auch noch ein Stück weiter. Und dann fehlt es jetzt letztlich hier unten noch einen passenden Übergang. Ja. Und schon wieder ein Rätsel weiter. So, ihr beide könnt auf jeden Fall die hellen Seiten bekommen. Okay, wenn ich den drin lasse, der kann mit den hellen Seiten korrespondieren. Okay, dann müsste der allerdings nach oben und muss hier die dunkle rübernehmen. So, hier ist jetzt noch ein Übergang, der nicht passt. Der passt auch noch nicht. Jetzt ist es in Ordnung. So, jetzt kann ich da noch den dunkel reinnehmen und das müsste dann schon passen. Letztlich ist es einfach, sich nach und nach durchzutasten und einfach die Sachen so ein bisschen umzustellen. Einfach erst mal da, wo es halt nicht passt und dann schauen, ob es letztlich einen Konflikt gibt oder ob sich das alles dann einstellen lässt. weil hier kann ich zumindest die beiden auch in schwarz drehen. Okay, der passt, der passt nicht. So, wenn ich euch jetzt sozusagen vierer mache. Mal gucken, ob ich das da oben dann auch so zusammendrehen kann, dass sich hier letztlich so eine Viererkombination ergibt. Das wird eine Sechserkombination. Wenn du nach unten gehst, kannst du das hier oben aufgefangen werden und hier ist es recht wahrscheinlich, das zumindest zusammenzustellen und den dort rüber zu geben. Okay, das funktioniert nicht. Dann muss der hier lieber das Dunkle zur Seite bringen. Und hier brauche ich auch noch Dunkeln und noch die beiden Hellen auf die Kombi. Hey, das war das letzte Level. Die nächste Errungenschaft ist freigeschaltet und damit ist jetzt sozusagen das Ende. Also eine versteckte Errungenschaft fehlt noch. Das ist das mit diesen komischen Flügeln. Ah, Mietekata. Eine Kuh, ein Schwein. Hier geht es hinaus, aber es geht nirgends wohin. Und, verstehst du mich? Nein, verstehst du mich nicht. Immer stoße ich auf Unverständnis. So, was war hier jetzt nochmal drin? Achso, das war das mit den Propellern. Hey, gib mir doch mal was zu trinken. Wie ist das? So, 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 so. Ne, schade. Okay. Das war jetzt eigentlich die ganze Welt. Und jetzt müsste ich nur noch... Entweder es gibt hier noch irgendwas anzustellen. Oder es war sozusagen nur das mit dem Bücherwurm-Geschichte. Da bin ich... Ist das die Fabrik gewesen, aus der ich gekommen bin? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 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 acht. Was soll ich jetzt mit den Zahlen machen? Sind es die Stockwerke, in die ich fahren kann? Vielleicht ist es ja ein Fahrstuhl. Achso, da war ich doch schon. Achso, ich kann dann jetzt die Level direkt auswählen. Na, dazu habe ich jetzt keine Lust. Das habe ich ja alles schon gespielt. Okay, das ist im Endeffekt das Ende. Da war ich noch nicht drin. Oh nein. Wieso ist denn jetzt schon zu Ende? Okay, das war's. Das war's. Alles zu Ende. Alles vorbei. Mietekatze. Okay. Schläft sie wieder ein. Steht auch einfach auf. Tja, Missing Eben Translation. Das war's. Also, ich habe ein bisschen überzogen. Aber das war jetzt sozusagen das zweite Spiel in der Serie angeschaut und ausprobiert. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020